Hallo, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Thomosektronik und willkommen auf der Panasonic Convention 2017 in Frankfurt. Ja, hallo. Und hier auf der Messe in Frankfurt auf der Panasonic Convention, das ist ja eine internationale Convention, deswegen nicht irritiert sein. Hier gibt es eine Bezeichnung, die heißt EX 780, in Deutschland heißt die Serie EXW 784. Das Schöne an dieser Serie ist, es gibt sie in vier Größen. Es gibt hier einmal einen 50 Zoll und in 50 Zoll, seht mal einer, was hier passiert, ist das Ganze drehbar und sogar auch in der Höhe verstellbar. Das sieht man hier vielleicht ganz gut bei den 58er. Der 58er, ebenfalls drehbar, ganz nett gemacht, wurde lange gefordert und endlich wieder von Panasonic auf den Markt gebracht und eben auch höhenverstellbar. Dann gibt es dann die 65 Zoll Variante, die befindet sich hier oben. Die 65 Zoll Variante, die ist dann nicht mehr in der Höhe verstellbar, sondern, ups, ich versuch's einfach mal, drehbar. Und zum Schluss das ganz kleine Gerät fürs Badezimmer, 75 Zoll. Also da holt ihr wirklich das Kino ab ins Wohnzimmer, da wo es reinpasst. Hervorragend. Und das Schöne ist, dass nicht irgendein 75 Zoll, sondern die Qualität, die dahinter steckt, die stimmt einfach, weil das ist typisch Panasonic, das ist der Perfektionismus. Ja, ganz kurz einmal aufgezählt, in kurzform, technische Details. Ist natürlich ausgestattet mit allen Drum und Dran, bedeutend Quattro-Juner, DVB-C, DVB-T, natürlich in HD, DVB-T2 und DVB-S und auch TV-IP. Dann natürlich ausgestattet mit HDR, High Dynamic Range und auch HLG Hybrid Log Gamma. Das eine ist das, wo HDR-Inhalte auf einer Blu-ray sind und das andere ist dann HLG, welches dann über die Broadcast-Schiene kommt, sprich über den Sender. 2400 Hertz ist ultra schnell und auch durch den HCX-Prozessor hat man hier dann auch die Möglichkeit, absolut in die Details reinzugehen, sodass an sich alles nicht so gewaschen ist. Das heißt, die Farben sind wirklich ganz klar erkennbar, auch die Grautöne, die Abstufung sind einfach wunderbar zu sehen. Also, wie ihr seht halt eben, ihr könnt noch reiche darüber erzählen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja wie gesagt gewohnt auch kontaktieren unter telefonisch 040 41 00 45 40 oder unter shop at thomas-elektronik.de Ja, also, liebe Grüße aus Frankfurt und bis dann. Ciao, ciao.